Der Karnevalsverein Possendorf hat uns einen kleinen Gruß geschickt und uns für die Klopapier-Challenge nominiert. Und die Herausforderung, die nehmen wir natürlich gerne an. Den Wanderpokal hier reiche ich mal weiter und wir nominieren den Ottendorfer Karnevalsclub und den Karnevalsclub Groß Erkmannsdorf. Ihr habt jetzt 48 Stunden Zeit, um euer Klopapier-Challenge-Video zu drehen, denn sonst schuldet ihr uns 30 Liter Bier. Also viel Spaß! Hey, hey Goppen! Herzlich Willkommen im SKV! Hey, hey Goppen! Die Stimmung wächst, es schwankt der ganze Bau! Und noch einmal! Hey, hey Goppen! Hey, hey Goppen! Herzlich Willkommen im SKV! Hey, hey Goppen! Herzlich Willkommen im SKV! Es schwankt der ganze Bau! Hey, hey Goppen! Herzlich Willkommen im SKV! 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 Hey, hey Goppen! Die Stimmung wächst, es schwankt der ganze Bau! So, jetzt ist es aber erst einmal Zeit für unseren Schlachtruf Und darum will ich von euch ein dreifaches Hopfen und Malz Hopfen und Malz Hopfen und Malz Dankeschön Und alle! Hey, hey Gott, Ben Hey, hey Gott, Ben Herzlich willkommen in dem SKV Hey, hey Gott, Ben Die Stimmung wächst, es schwankt der ganze Baum Und zum letzten Mal Hey, hey Gott, Ben Hey, hey Gott, Ben Herzlich willkommen im SKV Hey, hey Gott, Ben Die Stimmung wächst, es schwankt der ganze Baum Die Stimmung wächst, es schwankt der litige Da, wie Gott